Raus mit dir, Bitch! Raus mit dir, Bitch! Duf Nummer 1, nochmal nachgeschlagen. Gib zu, Alter, du bist so eine. Du bist sicher. Ein richtig aggressiver Typ, Alter. Auch wenn ich 10 finde, ist es meine Rettung, Alter. Wo ist denn dein Problem, Alter? Ich hab genug. Ich möchte nicht laufen. So faule Schweine, ne? Fragen erstmal. Hast du was für mich? Ja, Mann, ich hab genug. Ich will aber nicht laufen. Meine Beine sind nicht so gut trainiert. Da musst du mal ein Beispiel an mir nehmen, Alter. Ich renne nur in Minecraft hoch. Und runter. Ich benutze ja an... Das dauert meine Leiter. Oh, hmm... Hmm... Da-da-da-da-da-ba. Was sind das für Geräusche? Geräusche, die man macht, wenn man hirn-tot ist. Glaube ich. Aha. So, schnell machen. Ja, das ist geil, wenn man unendlich Nahrung hat. Das ist echt geil. Ja. Das ist doch eine ganz easy gebauten Busch. Maulbären. Busch. Und noch 40 Äpfel habe ich bei mir. Nice. Ey, ist so cool, ne? Wie du jetzt die ganze Zeit versuchst, Zindra heranzukriegen, anstatt hier herzugehen. Ja. So eine faule Sau, ey. Anna-Man, wie viel Redzone habt ihr eigentlich? Ah, viel. Das heißt? Ich hab 23. Anna-Man, das heißt, wie viel? Ist wie viel bei dir? Ich muss jetzt schnell. Ich geh ja gleich auf. Ja, du willst ja gleich noch wichsen oder was auch immer. Nee. Ich hab einen Termin. Am Samstag. Ja. Ein Termin. Ich weiß. An einem Samstag ein Termin. Hat er nicht Flugstag? Liedst du zum Flugstag? Hat etwa dein Psychiater in der Woche keine Zeit für dich oder was? Nee. Das ist natürlich traurig, ne? Mhm. Würde ich mal zu einem anderen gehen. Bada-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap. Kann jemand gerade pennen gehen, damit es hell wird? Ja, ich könnte pennen gehen. Ja, dann geh mal pennen. Nee, ich kann nicht, Kurt. Ich. Ich schon. Nice, 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 scheiß drauf, probier's das einfach mal aus, Shader, also wo war da jetzt der geile? Ich hab'n Apfelbaum gefunden, ey. Kacke ist Havajay hat alles dabei. Aber wie kacke ist das denn einfach mal? Ich kann nicht einfach mit 60 FPS spielen mit Shader, ne? Ja, bei mir auch. Ich hab'n jetzt einfach mal reingemacht in der Aufnahme, weil ich mal gucken will, ne? Ich gammel, obwohl, ich gammel gerade mit 60 FPS hier rum. WTF? Und 70? Hat auch Einbrüche, ne? Dafür sieht's echt nice aus. Mann ey, das ist doch kacke, da hat man schon teure, hat man schon teure im PC, aber selbst das kriegt er nicht geschissen bei dieser Engine, ne? Ja. Ey, nee, 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 nee. Okay, nur mit Service Quatsch. Auf einmal, es ist wieder so hell. Ich craftet so schnell, zack. Oh, endlich, Tin. Na, verdammt. Ich bin so verdammt. Ja, weil ich brauch immer noch Redstone. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem scheiß Redstone. Seit Ewigkeiten, ich find's einfach. Ach Gott, ich hab noch Baren in meinem Inventar. Ich hab doch noch Baren, die muss noch weg. Baren. Oh nice, hier ist nochmal Peridot. Und hier ist Zertus Quatsch. Läuft bei dir. Hier ist nur ne Kiste unterm Baum, ist die safe oder ist das ne Falle? 4 Zinn hab ich. Ich brauch 12. Geh mal ran und find's raus. Da ist nur Scheiße drin. Och nice, ich hab nochmal Zinn. Läuft bei dir. Was macht man eigentlich mit Zinn Oberherz, Alter? Ich weiß es immer noch nicht. Was fehlt? Vielleicht krieg ich mein Jetpack doch noch hinbekommen. Nice, nein! Ein Tin fehlt mir, nein. Ich bekomm mein Jetpack auch nicht mehr geschissen, Alter. Das einzige, was mir fehlt, ist halt Redstone. Hey Hexe, was geht ab da draus? Ich hab's, Gottse Dank. Was? Du könntest... Du könntest dich gerne... Ich sagte, du könntest dich gerne zu mir tippen und wir dann... Dann, ähm... So, schnell aufladen. Nein, tippen... Gibt's nicht mehr. Das gab's ne netten Staffel. Da wollten... Da waren alle noch zu faul. Da wollte keiner mehr gehen, alle. Da kamen alle... Oh, tippe mich mal bitte, tippe mich, tippe mich, tippe mich. Ja, hau rein. Und das haben wir dann einfach am Ende zu viel, ey. Da haben einfach nur alle rumgebettelt von wegen, tippe mich, tippe mich. Ja. Wo bist du gerade? Oh, tippe mich, Mann. Das war einfach... Das war einfach zu viel. Oh, mein Gott, ich weiß gar nicht mehr. Es sei denn, er ist natürlich irgendwie wichtig, ne? Ja. Aber wegen sowas Kleinigkeiten, ey, das ist... Ich meine, das ist ja nicht mal weit. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr. Ja, kann ich verstehen. Beim Arbex, wo baust du eigentlich? Keine Ahnung, ich hab noch kein Haus. Ich weiß gar nicht... Ich kann sehr schlecht nach Koordinaten laufen, aber ich versuch's ja nix. Okay. Ja, brauchst du nicht wundern. Mein Haus ist sehr weit entfernt von den anderen. Ich glaube sogar. Ich hab mich sogar scheiße verlaufen. Oh ne, gut, ich hab's wieder gefunden. Habe ich noch irgendwie Ärzte im Momentan? Nein, gut, dann kann ich meine Blöcke jetzt, meine Bahnen jetzt wegwerfen. Und dann geht es wieder rein in die Höhle. Oh nice, ich schaff vielleicht mein Jetpack doch noch. Ich hab jetzt dreizehnten. Ich hab weit mehr. Ich hab jetzt über... Ich hab über einen Stack. Also eigentlich sozusagen... Das sind jetzt die Koordinaten. Von was? Also Satio, eigentlich ist es doch sozusagen für dich was Wichtiges. So im Redstone. Also könntest du dich doch zu mir tippen. Ne. Also sozusagen was Wichtiges ist. Haben ja andere auch wichtige Sachen und dann... Nö, will ich nicht, will ich nicht. Will ich aber nicht. Wenn einer... Wenn du einen tippest, wollen sofort alle. Das ist... Genau so war das im Projekt nachher. Erste Staffel, dann weiter zum Ende. Wo ich dann irgendwie anderen hinterher gelaufen bin. Und so gesagt habe, oh das sieht cool aus. Sagen die anderen immer, ja, tippe ich mir damit. Oh du hast mich noch getroffen, du scheiß Hexe. Oh leck mich, komm her. Ich mach dich Messer, Junge. Ich mach dich jetzt richtig hart Messer. Oh, Glowstone, dankeschön. Richtig hart Messer, nice. Ja, jetzt darf ich mich wieder hier drin verstecken. Weil ich gleich geheel werden muss. Oh Mann. Oh ne, hat aufgehört. Geil. Warte mal, wo war ich mit Glowstone an die reingefeuert? Der jetzt war doch nach oben, ne? Glowstone war doch nach oben, hier. Irgendwo in der. Vielleicht nicht. Hey, ach ich hab noch ein Chissel, nice. Da muss ich los als Sohn. Ja, das ist Glowstone drinne. Und auf in die Höhle, huiii. Ich hab noch ein Chissel, geil. Ah ja, witzig. Chisseln, Junge. War da ein Zombie und jetzt der Tod. Damit kann ich mich verschönen. Sehr gut. Dann kann ich mal mein Advanced Circuit mitnehmen. So, aber jetzt gebe ich den Fick auf alles. Ich baue mich jetzt einfach nur noch nach unten. Auf Ebene 11 und dann abgedeckt. Redstone hab ich noch. Äh, Ruby. Peridot. Ey, wie ich einfach immer noch genug Nahrung hab, ne? Ich hab am Anfang des Projektes angefangen, Nahrung zu farben. Ich hab immer noch mehr als genug. Ich hab fast nix mehr als ich... Ich hab nur noch wenigen Fortschmer. Dann hab ich mich runtergebaut. Ich hab mich runtergebaut. Genau, hier war der nächste Weg. Dann brauche ich das noch. Und dann kann ich... ...electronic ore weg tun. Und dann kann ich hier wieder zubauen. Ok. So, erstmal markieren hier. Dann da das reintun. Nice. 18 schonmal. L-E-Battery. In-Item-Plate. So, erstmal den Weg markieren, damit ich genau weiß, wo ich langrennen muss. Ich hab Metroid gefunden, nice. Läuft, hab ich auch schon. Nur alle, wenn er den bei mir grad weggebaut. So nen Arsch. In-Item-Chap. Umgucken. Und dann noch... Ach, den Forge-Hammer. Na, ist keine Gegner. Und runter geht's. Da gut, okay. Ich baue einen Block ab, ne? Einen einzigen Block und Olivenerz weggefunden. Geil. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen kann, aber hey, ich hab's. Es leckt, es leckt, es leckt. Bei mir nicht. Er ist jetzt weg. War so ein Mikro-Leck. Also sag mal so, der Zerber leckt eigentlich nicht. Weil... Also es ist immer so, wir haben jetzt sieben oder acht schon aufgenommen auf dem Zerber. Da lief eigentlich immer top. Obwohl alle irgendeine Scheiße gebaut haben. Weil der hat eigentlich genug. Ich glaub, fünf... Es wird noch weg. Es wird noch weg. Ja, wenn der einfach nur eine riesige Schlacht hat. Ich meine, wir haben jetzt schon... Der Zerber, auf dem wir gerade spielen, der nimmt so schon 500 MB weg. Das ist natürlich klar, weil jeder in eine andere Richtung gerannt ist und die Map immer wieder neu generiert werden musste. Aber das ist trotzdem schon krass. Und das wird immer mehr und mehr und mehr und mehr. Ich habe einen Burg gefunden von Villagern. Die ist gleich. Läuft bei dir. Läuft bei dir. Ich habe einen goldglänzenden... Busch... Pilz... Baum... Was auch immer gefunden. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe noch einen Tin Plate. In... Vielleicht trainen die ja gut. Yellow Schimmeling Mushroom. Alles klar. Gelb schimmernder Pilz. Das ist doch immer gesund. Saphir Erz. Oh nice. Dankeschön Spiel. Saphir ist geil. Ja. Da habe ich auch mal ein Schwert draus gemacht. Ich hätte gerne grün. Grünes Schwert will ich mir nachher mal gucken. Ich habe auch einen Rab... Hä? Ich könnte dir das Grüne geben. Ne, das kann man auch aus Olivengrün... Erz machen oder nicht? Das weiß ich nicht. Ich glaube das ist aber nicht so gut. Na das ist mir egal. Ich will ein grünes Schwert haben. Ich mag grünes generell meine Lieblingsfarbe. Ich könnte dir ein gutes Grünes Schwert geben. Ich habe nämlich noch Peridot. Peridot? Peridot? Nö, nö, nö. Ich guck nachher mal. Das ist auch noch ein Saphir. Oh, ich hab Dark Goods gefunden. Oh, ich hab Dark Goods. Noch mehr Saphir? Hallo? Noch mehr Saphir? Hallo? Noch mehr? Nein, das ist was anderes. Saphir ist richtig gut. Silber Erz ist das gerade. Achso. Das sind voll viele Schmieden von den Villagern. Das ist richtig nice. Ich glaube da war ich schon wo du bist. Aber das sind... Ich bin mir nicht sicher. Weil ich hab da irgendwie so schwarze Eisenbahnen bekommen. Ich hab schwarze Schuhe gefunden. Dark Boots. Alles klar. Läuft. Ich glaub das sind so gut wie dir Boots. Ich glaub ich. Ich weiß es nicht. Ich hab Boots mit Schutz Protection 3. Aber ist fast Schrott. Saphir waren die. Ich weiß nicht warum. Aber ich nehm immer diese komischen Ober-Zinn-Dinger mit. Kein Plan für was ich die brauch. Aber ich nehm die einfach immer mit wie ich die finde. Bleierz. Nimm ich mit. Heller mit. Zulut kann ich bleiben und irgendjemand in die Füße dran machen und dann versenken. Nice. Jetzt hab ich auch die Bad Box. Ja hier war jemand. Nice. Jetzt hab ich auch die Bad Box. Eine richtige Bad Box. Junge. Scheiße. Scheiß man. Ja. Bam. Äh. Auch noch mehr Zinn. Alter. Jetzt komm mal. Du bist auf der Suche nach Zinne. Ich find hier Zinn. 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 Kumpfer. Kumpfer. Creeper. Okay. Das war ne Abwechslung. noch mehr Blei Airs Magenta Shimmering Mushroom, was ist das für ein Pilze hier unter der Erde? Was geht? Ich nicht, aber ich habe Gold Airs, das ist schon mal etwas das wollte ich auch noch haben Jetpack, nice Leute, endlich mal ein Jetpack, aber denkst du ich darf das bald einmal aufladen? Das? Weiß ich nicht Kannst du vielleicht dein nächstes mal fragen oder so Nein, ich wollte damit jetzt fliegen Ich weiß, dann habe ich das gesagt, genau deswegen Ah, da geht's hier runter Bitte sei Redstone, nicht jetzt irgendwann ein rotes Ding aus dem Jetpack Redstone Airs, nice, nice Bitte sei nicht nur ein Block Bitte sei nicht nur ein Block, ich trau mich gar nicht abzubauen Ein Block, Alter, willst du mich verarschen, ey? Ich habe Redstone Das ganze gesuche, wegen zwei Redstone-Dingen Ne, vier, wow, tut mir leid Ich habe ganz schon viele Redstone, Sartre Ich habe Rubinen gefunden Jaa Rubine sind, Rubine sind gut Mobs droppen doch so, ähm, Treasure, ähm, so, keine Ahnung Drei Rubine, nice Und da war ja Gold Silbererz, hey damit Du könntest eine Mining Turtle machen aus Rubinen Ja, mal gucken, vielleicht irgendwann Oh, hier kommt kein Wasser durch, alles klar Ja Noch mehr Eisen Okay, nice Ich finde hier alles Okay, Electric Jetpack ist fertig Dann gucke ich mal einmal nach dem erweiterten Jetpack Jetpack Das Leads von Jetpack Yellow Ried, nehme ich auch mal mit wieder Aua, ah scheiß Büsche, ey Lapislazui auch wieder mal gefunden, hey Äh, nehme ich auch mal mit, habe ich auch noch nicht Alles Noch ein Rubin, nice Das Jetpack ist sehr schwer, aber na, endlich habe ich meinen Jetpack Rubin Her mit Da muss Lapislazui auch noch her damit Aber ja mal wieder klar, von Lapislazui finde ich natürlich die ganze Ader, ne Da ist natürlich erstmal so, bumm, die ganze Ecke voll Redstone, ein Block Richtig arme Sau, Alter Ich finde es geil, wie die Winde sehr schlafen Die schlafen einfach dann auf dem Boden Ja, richtig oder, richtig harte Typen sind das Ja, richtig hart Ja Die können sich auch wenigstens selber verteidigen, dann ist man sicher, wenn sie so Mach nicht Messer, Junge, wenn du dich mit dir anlegst Okay Mach dich richtig hart Messer Was für eine Höhe bin ich eigentlich? Elf, geil Läuft So, ist Man, ich habe hier auch nichts, ne Dann bitte ein Gold brauche ich, ein Gold nur noch Ein Gold Komm schon Okay, nice, nice ein Gold Redstone, mit den vier Redstone kann ich doch nichts anfangen Oh, Uranerz habe ich gefunden Ähm, Satyr Ich werde sowas von einer Nukleärbombe bauen, ne Satyr, darf ich, ähm, den pranken Nein Meinst du das Haus kaputt machen oder sowas? Nein, nein, ich schwöre, kein Haus kaputt machen Es gibt da so ein Jetpack, womit man Leute, ähm, in die Luft sprengen kann Dann dürfte ich das herstellen und dann Dann springen die nach oben in die Luft Und dann, der Grabstein bleibt und so Dann fliegt man mit dem Jetpack und dann Ah, das kenne ich, ja, das kenne ich Das hat mir ein Kumpel auch gegeben Auf seinen, auf seinen Server Weil ich kann nämlich nicht aus, er hat einfach mal gegeben und sagte so Hier ein Jetpack, flieg mal ein bisschen rum Ich sag, fliegst du rum? Ey, das ist echt ganz geil Aber BOOM Ja, darf ich das herstellen und dann, ähm Sag mal so, du hast es jetzt in einer Folge gesagt, ne Die meisten, die hier mitmachen, gucken auch die Folgen Wie ich nur gesagt haben Das ist einfach, ey Ja, ist egal Ich mach's trotzdem Ja, mach das Was ist ein Water Diven, ne? Ich kann unter Wasser atmen, glaube ich Ich finde gerade Redstone Und nicht grad wenig Ist das in Diamanten oder sieht das grad nur so aus? Ich geh da gleich mal hin Bam, 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 bam Redstone Redstone Okay I am in love, wüfte Redstone Oh, ich bräuchte noch eine Potato Oh, shit, meine Spitzhacke Diamanterz Mmmmm Nice Und dann auch noch Redstone Diamant und Motherfucking Redstone, ne? Die Villager können's halt, die haben ja einfach hier eine Steam Engine und alles Was für den? Oh mein Gott, es war noch ein bisschen Was war das gerade? Ich hab grad so'n So'n Schrei gehört Okay Der war ein bisschen laut Ich geh jetzt auch unter Wasser Was? Elektronite Erz Ist klar Elektronite Okay Aber erstmal nehm ich Dias mit Dias, Dias, Dias Bruchstein weg I have motherfucking goddamn Dias Bip, bip Ähm, nehm ich einfach und baue ich mal ab Und jetzt hau ich erstmal Äh, Erde weg Dann nehm ich mal die Dinger mit Ich kann ja alles gebrauchen, was hier ist Einfach alles Oh, hinten ist noch mehr Redstone Nice Wehe, ich find näher den Weg nicht mehr zurück Wehe Und Lava natürlich Direkt unter ist natürlich Lava, ey, geil Oh, meine Spitzhack ist gleich im Arsch Das Wo sieht man die Höhe? Bei welcher Koordinator sieht man die Höhe? Das ist Rechte Willst du mich verarschen? Der letzte Block Oh, ich wollte grad Redstone abbauen, ne? Mein Spitzhack ist geplatzt Ja, Y ist Kali, ähm, ja Ja, das ist das Rechte Ich komm hier nochmal her später Oh nein Oh nein Oh, das war so dumm Ich hab mich straight runter gebaut Und kann nix mehr sehen Läuft bei dir, Digga Hast du geil gemacht Sehr, sehr geil Bisschen, bisschen kann ich erkennen War ich auch von hier gekommen? Ja, ja, gut, hier sind noch Pilze Ja, von hier bin ich gekommen Ja, und jetzt muss ich einfach nochmal hier rum Und dann einmal um die Ecke Und... Mitten im Spiel Ich hab schon Obsidian-Axt Hallo? Hallo? Ah, boah, hier hab ich hochgebaut, ey, Alter Ich dachte grade Kam mir schon grade gefickt vor, ne? Ah, ich hab noch den Weg gefunden Ich bin jetzt auf Höhe 18 Ich bin jetzt auf Höhe 18 Ich bin jetzt auf Höhe 18